Patriarch von Alexandrien ist die Bezeichnung für die Bischöfe dreier christlicher Konfessionen, die alle ihren historischen Sitz in der ägyptischen Stadt Alexandria haben. Gemäß kirchlicher Tradition wurde der alexandrinische Bischofssitz vom Evangelisten Markus im Jahr 42 gegründet. Bis zum Konzil von Chokedon wird die gemeinsame Sukzessionslinie von allen drei Kirchen anerkannt. Zurzeit wird der Titel von den folgenden Bischöfen geführt. Der koptische orthodoxe Patriarch von Alexandrien ist das Oberhaupt der koptischen Kirche. Dessen volle Bezeichnung Papst von Alexandrien und Patriarch des Stuhls des heiligen Markus lautet. Amtsinhaber ist seit November 2012 Tavadros II. Der griechisch-orthodoxe Patriarch von Alexandrien ist das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche von Alexandrien. Seine volle Bezeichnung lautet Papst von Alexandrien und ganz Afrika und Patriarch des Stuhls des heiligen Markus. Derzeitiger Amtsinhaber ist Theodoros II. Der koptisch-katholische Patriarch von Alexandrien ist das Oberhaupt der mit rumunierten koptisch-katholischen Kirche. Sein voller Titel lautet Patriarch von Alexandrien der Kopten. Derzeitiger Amtsinhaber ist Ibrahim Isaac Sidrak. Stellvertreter ist Kyrelos Kamal William Samano F. M. Bischof der Epachie Asiut. Punkt. Den Titel eines Patriarchen von Alexandrien führt auch das Oberhaupt der katholischen Melchiten, Patriarch von Antiochien und dem ganzen Orient. Von Alexandrien und von Jerusalem. Derzeitiger Amtsinhaber ist Gregor III. Laham. Das lateinische Patriarchat von Alexandrien bestand seit 1219 und wurde 1964 abgeschafft. Siehe auch. Liste der Patriarchen von Alexandria. Liste der koptischen Päpste. Liste der orthodoxen Patriarchen von Alexandria. Liste der Patriarchen der koptisch-katholischen Kirche.